Ihre Liebsten sind in tiefer Trauer. Heather Armstrong schaffte es, sich als Bloggerin international einen Namen zu machen. Sie lieferte vor allem Mama-Content und gab ihren zahlreichen Fans und Followern Tipps in Bezug auf Kindererziehung und vieles mehr. Sie wusste, wovon sie redet, denn die Influencerin hatte selbst mehrere Kinder zur Welt gebracht. Diese und ihre Angehörigen stehen jetzt unter großem Schock, denn Heather ist völlig überraschend verstorben. Die genaue Todesursache ist bisher noch unklar. Heather litt wohl lange Zeit unter Alkoholproblemen, die vergangenen 18 Monate sei sie jedoch trocken gewesen. Laut New York Times vermutet ihr Lebensgefährte Tragisches. Er befürchte, dass sich die zuletzt 47-Jährige das Leben genommen habe. Von Seiten der Polizei wurde dies jedoch nicht bestätigt. Auf Social Media drücken viele Fans ihre tiefe Trauer aus. So schreibt ein User, ich kann nicht die passenden Worte finden, um auszudrücken, wie sehr mich dieser Verlust verletzt. Ein weiterer meint, mein Herz ist gebrochen. Sie war eine so reine Seele. Wie ist das Haus so öd und leer? Du, liebe Mutter, bist nicht mehr. Du reichst uns nimmermehr die Hand, nun Ruhe sanft in Gottes Hand. Möge Heather Armstrong in Frieden ruhen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlasse mir bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal, damit dieser wachsen und dich automatisch und völlig kostenlos benachrichtigen kann, wenn uns wieder traurige Nachrichten und unerwartete Ereignisse erschüttern. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank und wünsche dir einen schönen Tag, viel Gesundheit und Glück auf all deinen Wegen.